Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule, schön dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder ein neues Zubehörteil und zwar dreht es heute um den Maxi-Steam. Es dreht sich alles darum. Es ist eigentlich nur ein ganz einfacher Kunststoffreifen. Also im Grunde sehr banal und wirklich sehr dezent und überhaupt nichts Großartiges an sich, aber wirklich eine große, super tolle Wirkung. Oder einen riesen Nutzen einfach für jeden Thermomix-Nutzer. Welchen, den zeige ich euch natürlich jetzt sofort. Ihr könnt diesen Maxi-Steam kombinieren mit dem Varoma. Und welchen Sinn hat das Ganze? Das Ganze hat einfach den Sinn, mehr Volumen herzustellen und somit einfach mehr Portionen garen zu können, gleichzeitig mit dem Thermomix. Das heißt, ihr kennt wirklich Portionen bis zu 8 Personen. Im Varoma zubereiten. Wie das funktioniert? Wie wendet man den jetzt an? Ihr könnt den jetzt ganz einfach, diesen Maxi-Steam nehmen und einfach auf den Varoma auflegen. Das heißt, auf den Varoma-Boden quasi. Deckel drauf und habt im Prinzip ein Paket, das ihr dann genau so nehmt. Und da drauf steht es. So. Das ist Möglichkeit Nummer 1, die Variante 1. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, dass ihr sagt, ich lege erst den Einlegeboden ein. Tue dann den Maxi-Steam drauf. Hab somit eine größere Fläche vom Einlegeboden. Was ich finde, das eben oft stört, wenn man zum Beispiel Germknödel, also Dampfnudeln, glaube ich heißt das in Deutschland, Germknödel hat. Oder wenn man Förmchen hat, dass man einfach, ja, unten kriegt man zum Beispiel 6 Varoma-Förmchen rein. Oben würde man aber im Prinzip nur noch 1 in die Mitte kriegen, wegen der Höhe vom Deckel. Das heißt, man ist da ziemlich begrenzt. Manchmal kriegt man, wenn die höher sind, gar keins mehr oben rein. So könnt ihr wirklich den Einlegeboden optimal ausnutzen und könnt ihr da echt noch mehr Portionen mitgaren. In dem Fall wären es zum Beispiel 12 Schokoküchlein aus dem Varoma. Mit flüssigem Kern übrigens. Genau. Möglichkeit Nummer 2. Variante 3. Ihr setzt in den Varoma eventuell sogar noch den Maxi-Steam, äh, den Wunder-Steam ein. Der Wunder-Steam ist einfach ein Kamin, sage ich mal, der was dafür sorgt, dass einfach wirklich die Luft, der Dampf schön zirkulieren kann. Das heißt, ihr könnt da unten beispielsweise eine Riesenportion Gemüse machen oder Beilagenknödel, was auch immer. Ihr könnt dann den Maxi-Steam aufsetzen, setzt dann noch den Einlegeboden ein, wo ihr zum Beispiel nur ein paar Stückchen Fisch oder was mitgaren möchtet, Garnelen oder Kartoffeln, ist auch jetzt zum Beispiel nur eine Möglichkeit in Würfeln oder so. Und dann setzt ihr zum Schluss nochmal den Deckel drauf. Und das kommt immer, egal wie ihr es kombiniert, so oben auf, auf euren Thermomix. Und wie ihr seht, ihr könnt in dem Fall auch wirklich ein All-in-One-Gericht, also wo ihr auch unten noch mit dem Topf arbeitet, bis rauf, alles komplett auffüllen und kriegt es echt mindestens, also auf jeden Fall Portionen von 8 Personen heraus. Und das finde ich einfach echt eine super Sache, weil, wie gesagt, es ist nur ein einfacher Kunststoffring und der hat aber echt eine riesen, riesen Wirkung. Und ich habe ganz viele Kundinnen von mir, die einfach extrem begeistert sind, weil sie einfach doch gute Essen zum Beispiel haben und sie wollen dann einfach ein bisschen mehr. Oder die Schokoküchlein, die sind einfach so gut, die sind immer zu wenig. Und so macht man einfach mal gleich unten schnell die doppelte Menge, schmeißt die oben mit rein und so hat man einfach, ja, entweder eine Person mit mehr Schokoküchlein glücklich gemacht oder mehrere Personen mit einem Schokoküchlein glücklich gemacht. Oder mit was auch immer. Beispiel ist jetzt zum Beispiel, kriegt es wirklich bis zu 1,5 Kilo zum Beispiel Spargel rein, also wirklich viel, viel, viel Gemüse. Könnt es da komplett ausnutzen, was nur geht und stapelt es, so wie ihr das für nötig habt, empfindet es und wie ihr es auch braucht. Und so finde ich das einfach eine tolle Sache. Der Wundersteam, also der Maxi-Steam ist einfach derjenige, der euch das Volumen vergrößert, der einfach sagt, okay, du möchtest mehr Platz, bekommst du. Das ist in der Maxi-Steam. Und der Wundersteam ist jetzt einfach dieser Kamin, den ihr entweder im Doppelten so einsetzen könnt, oder wenn ihr das andersrum macht, könnt ihr im Prinzip da auch nochmal zwei einsetzen. Das heißt, der Wundersteam ist der, der einfach für die Zirkulation sorgt, einfach dafür sorgt, dass ihr wirklich die beste Dampfzirkulation im Varoma- und Einlegeboden habt, damit euch schön alles gar wird, so wie es denn sein soll. Ihr kennt das alles, man erwähnt immer wieder, wenn ihr im Varoma geht, bitte schaut, dass ein paar Dampfschlitze frei sind. Und das hat man einfach garantiert mit diesem Wundersteam, Kamin, wie man ihn auch gerne nennt. So, das heißt, ihr seht, zwei kleine Dinge, die wirklich eine große Sache, ja, Wirkung haben und einfach echt ein toller Beitrag sind zum Thermomix, wie ich finde. Bin davon echt überzeugt, bin begeistert davon. Ihr könnt natürlich statt dem was anderes auch verwenden. Das ist komplett euch überlassen. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Ihr könnt, da habe ich eben auch schon oft erwähnt, ihr habt auch so Eisenringe. Der einzige Nachteil ist, also so Dessertringe, dass ich die nicht stapeln kann, aber ihr findet es ansonsten natürlich auch euren Weg. Aber ich finde einfach die Kombination wirklich super. Und in dem Fall, auf jeden Fall ein Muss ist dieser Maxi-System. Und den wollte ich euch jetzt auf alle Fälle nochmal zeigen, dass ihr den tatsächlich einmal auch so ein bisschen einzeln, von allem separiert sehen könnt. Und euch da was guter vorstellen könnt. Ja, wie kriegt ihr den jetzt da? Indem ihr, wie immer, auf www.mundermix.de geht. Einfach mal durch den Shop saust. Oder oben in der Suchleiste einfach Maxi-System eingebt. Dann kommt ihr sofort. Ihr könnt euch auch aussuchen, welche Farbe. Also es gibt einen Grauen und Grün. Es gibt ihn, also er passt für TM6, TM5, TM31. Das heißt, kein Problem, welches Modell ihr besitzt. Und ja, dann beim Einkauf, beim Shoppen, beim Abschluss einfach nur noch den Gutscheincode Koch-Eule eingeben. Ihr spart euch 5% und die Sache hat sich. Ihr habt es gespart. Ihr habt ein tolles Teil zu Hause. Seid es hoffentlich, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass ihr glücklich seid damit. Und macht es ganz vielen Personen damit bei euch im Haushalt eine Freude. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen, beim Videoschauen. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos an, zum Zubehör, zum Backen mit dem Varoma, was auch immer. Lasst euch inspirieren. Wir sehen uns ganz bald wieder. Schaut euch auf der Homepage vorbei und bei Fragen ein Kommentar da lassen oder mir einfach über die Webseite mich kontaktieren. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.